Hallo, in diesem Video nur ganz kurz ein kleiner inoffizieller Test, ob Ihre E-Mails auch wirklich verschlüsselt übertragen werden. Dass E-Mails eigentlich analog zu Postkarten zu sehen sind, das hat sich inzwischen bestimmt rumgesprochen. Und auch dieser Test hier soll Sie nicht davon überzeugen, die Formel für die kalte Fusion einfach per E-Mail zu verschicken. Das muss natürlich speziell verschlüsselt werden. PGP und Co. ist daher Freund. Allerdings ein bisschen mehr Sicherheit, also zu schauen, ob die eigentlichen Übertragungswege verschlüsselt sind, ist durchaus ein Gewinn. Jetzt hat sich natürlich rumgesprochen, dass man E-Mails auch verschlüsseln sollte, um es den Lauschern in aller Welt nicht zu einfach zu machen. Wie wir wissen, zapfen die ganz gerne die Netzwerk-Knotenpunkte an, weil da geht der komplette Traffic rüber. Also bieten viele Provider natürlich den Zugriff auf das eigene Postfach verschlüsselt an. Das stellt man dann entsprechend im E-Mail-Programm an und wenn Sie dann eine E-Mail verschicken an Ihren SMTP-Server, dann geschieht das Ganze verschlüsselt und damit kann auf der Leitung hier streng genommen keiner mehr mitlauschen. Wenn Sie E-Mails abholen, dann im Grunde das Gleiche in grün. Sie greifen auf den entsprechenden POP- oder IMAP-Server zu. Die Daten sind auch verschlüsselt, das heißt auch hier kann keiner lauschen. Nachfolgend geht es nun also um die Übertragung Ihrer E-Mail von Ihrem Provider zum Provider des Empfängers und da stellt sich die Frage, ist die Verbindung denn auch verschlüsselt? Das ist die Strecke mit den Verbindungsknoten zwischen den verschiedenen Netzwerken und hier sitzen dann natürlich auch CIA, GCHQ, BND und der Verein Deutscher Freunde der Nierensteine. Die ganzen Enthüllungen um Edward Snowden haben damals für Aufregung gesorgt und damals haben viele Provider natürlich versprochen, dass sie die Strecke dann jetzt auch verschlüsseln wollen. So ungefähr vor einem Jahr war da der Höhepunkt der Diskussion. Viele erinnern sich eventuell noch, die Telekom, die sprach von der Germany Cloud oder der Deutschland Cloud und einige große Provider, ich glaube das waren damals die Telekom, gmx und web.de, die haben ein ganz tolles Abkommen geschlossen, wonach sie sich ihre E-Mails untereinander eben künftig verschlüsselt zuschicken wollen. Und das ist natürlich auch gut, jedenfalls für die entsprechenden Kunden, aber nicht jeder ist nun mal bei den entsprechenden Providern oder nutzt deren Account. Vor allen Dingen bei Unternehmen, ich sage jetzt mal kleinere oder mittelständische Unternehmen, die sind da oftmals außen vor, also die, die zu klein sind, um eine eigene, richtige IT-Abteilung zu haben, sondern das entsprechende Wissen oder Unwissen von außen über einen Dienstleister einkaufen. Das Problem ist nur, dass man als Kunde ganz schlecht überprüfen kann, ob denn die entsprechende Leitung dort überhaupt verschlüsselt ist. Deswegen haben wir uns folgendes Setup überlegt, mit dem Sie Ihren Provider überprüfen können. Wir haben einen E-Mail-Server aufgesetzt, das wäre dann ungefähr der hier, der nur E-Mails annimmt, wenn sie verschlüsselt angeliefert werden. Und zwar mit einer guten Verschlüsselung, also nicht Rot-13 oder das in der Politik so beliebte doppelte Rot-13. Wenn Ihr Provider bei unserem SMTP-Server anklopft, bekommt er den entsprechenden Befehl, eine Verschlüsselung mit unserem Server auszuhandeln und dann eben die entsprechende Übertragung zu starten. Schlägt diese Aushandlung der Verschlüsselung fehl, nimmt unser Server die E-Mail einfach nicht an. Dadurch, dass Ihr SMTP-Server nun die E-Mail nicht verschicken konnte, wird er am Ende eine Fehlermeldung an Sie zurückschicken. Das heißt, Sie bekommen dann die entsprechende Meldung, eben wie zum Beispiel hier, Fehler bei der Zustellung der Nachricht und dann Ihre Nachricht wurde aufgrund von Sicherheitsrichtlinien nicht zugestellt, weil halt Ihr verschickender Provider die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien von unserem Server einfach nicht bieten konnte. Die Fehlermeldungen, die werden natürlich von Provider zu Provider variieren. Was aber im Grunde in jeder zurückgekommenen E-Mail drinstehen sollte, ist die Fehlermeldung bezüglich des Fehlers 570 Must Issue Start TLS Command First und ja, das ist quasi die Aushandlung der Verschlüsselung und das hat Ihr SMTP-Server halt nicht gemacht. Die blauen Balken, die liegen jetzt hier nur, weil die verraten natürlich die Adresse des SMTP-Servers, der für Sie die E-Mail verschickt hat, also des SMTP-Servers Ihres Providers. Und mit der Fehlermeldung würde ich dann wahrscheinlich mal bei meinem Provider vorbeifahren oder anrufen und die einfach mal fragen, ob sie nicht besser künftig bunte Mottenkugeln produzieren wollen, denn von sicheren E-Mails haben die da offenbar keine Ahnung. Denn so groß ist der Sicherheitsgewinn ja dann nun wirklich nicht, wenn Sie Ihre E-Mails zum Provider verschlüsselt übertragen und denken, Sie sind mal wieder top-notch, also der oberste Käse, Numero Uno On Show und Ihr Provider nutzt Technik von 1985. Freut sich wahrscheinlich insgeheim darauf, demnächst noch 3,5 Zoll Floppy-Laufwerke einbauen zu können. Wie dem auch sei, wenn Sie Ihren Provider diesbezüglich überprüfen wollen, schicken Sie einfach eine E-Mail an test-at-sempa-tv.de, also nicht sempa-video.de, weil das ist unser normaler E-Mail-Server und der ist so konfiguriert, selbst wenn die E-Mail von Alfred E. unsicher persönlich angeliefert werden würde, die würden wir noch annehmen. Sonst kommen ja auch die ganzen Locki-Trojaner nicht mehr bei uns an und diese tollen Word-Dokumente. Also, einfach eine E-Mail schicken an test-at-sempa-tv.de und ein paar Minuten warten. Dann sollte die E-Mail zurückgekommen sein, kommt sie nicht zurück, hat Ihr Provider ordentlich verschlüsselt und unser Server hat die E-Mail auch angenommen. Und bevor jetzt 60.000 Nutzer ihre Gmail-Anschrift prüfen, Gmail verschlüsselt natürlich ordentlich. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Und wenn Sie jetzt bei einem anderen großen Anbieter sind, zum Beispiel Web.de, dann schauen Sie bitte zuerst in die Kommentare, ob dort nicht schon eventuell ein anderer Nutzer reingeschrieben hat, Ihr Web.de funktioniert oder verschlüsselt auch, die E-Mail ist durchgegangen. Damit eben nicht zu viele Nutzer immer denselben Provider testen, ist ja nicht notwendig. Aber ich schätze mal bei den kleineren Anbietern, da dürfte die Ausfallrate doch schon recht hoch sein. Das brauchen Sie nicht in die Kommentare zu schreiben, von wegen, hey, hey, mein Provider, der fehlt mal wieder unglaublich, muss ja nicht jeder mitkriegen. Also, wer da Interesse hat, einfach mal testen. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020